Hat jemand von euch Empfehlungen für vegane Kochbücher? Aber was ist mit Schweinebraten? Hä? Schweinebraten. Schweinebraten ist jetzt nichts Veganes. Was hat das mit meiner Frage zu tun? Schweinebraten ist total lecker. Hm, finde ich jetzt eigentlich nicht so. Das lässt sich mit Tofu nicht ersetzen. Nö, also ich glaube Tofu-Schweinebraten wäre jetzt auch nicht so meins. Ihr Veganer, ihr versucht immer alles aus Tofu zu schnitzen, ja? Tofu-Würste, Tofu-Steak, warum muss man denn immer... Entschuldige, was möchtest du jetzt genau von mir wissen? Warum ihr Veganer immer alle Leute missionieren wollt. Will ich ja nicht, ich wollte ja nur Tipps für vegane Kochbücher. Schweinebraten!